Was ist also der Sinn, der Grundgedanke von ABS, Asset-Backed Securities, einen zukünftigen Cashflow wie die Gebühren für die Songs von David Bowie oder die Einnahmen aus dem Stadion bei Schalker 04 oder generell Mieteinnahmen aus Immobilien schon heute zu Geld zu machen? Das ist die Idee. Und gleichzeitig auch der Sinn natürlich. Aktiva, Vermögenswerte, werden zu Geld gemacht. Aktiva, die einen zukünftigen Cashflow erzielen, werden schon heute monetarisiert und das Kreditrisiko taucht beim Schuldner nicht auf. Der Schuldner wird von der Schuld getrennt. Was eine gewisse gefährliche Dynamik erzeugt hat, wenn man diese Finanzkrise mal etwas genauer studiert. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.